Hallo Leute und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video, ich bin in meinem neuen Zuhause, das ist mein neuer Hintergrund Oh mein Gott, oh mein Gott, das war richtig geil nochmal Ich hab da auch so ein neues Haustier, was so ein bisschen lustig ist Oh mein Gott, das Video wird so gesperrt Gar nicht, Julia und ich spielen öfter mal zusammen Haustier Ihr habt euch bei Joey zuhause und ich bin das Haustier Wir haben heute ein richtig spannendes Video Denn wir fesseln uns heute und tun so, als wären wir verschiedene Haustiere Genau, das ist das Einzige, was wir heute machen werden Dann komm, jetzt hau mal raus, Julia Wir werden heute die krankesten TikTok Hacks auf diesem Planeten testen Oh mein Gott, ich glaube, so ein Video hat es noch nie auf YouTube gegeben Nee, auf keinen Fall, ich wollte eigentlich mal kein Essen integrieren Aber es ist glaube ich ein 90% Foodhack Ich würde sagen, wir starten aber einfach direkt mal Und zwar mit etwas, wo wir das Ergebnis jetzt leider noch gar nicht sehen werden Stimmt, okay geil, was ist die erste Sache? Die erste Sache, die zeig ich dir jetzt Es ist voll krass Es wird sowieso scheiße Es wird krass Es wird krass Guck es dir an, guck was er macht Er muss es einfach schütteln Und dann bildet sich da dieser Konensäure Zeug Und dann put it, you put it in the freezer And then, when you put it out, ist es einfach zu heiß Es ist geil, aber diesen Moment abzupassen, weil es ist so schwierig Das hatte ich schon mal in einem Video versucht Oh Und wirklich, es gibt so einen ganz bestimmten Punkt, der ist nur so eine Minute lang Nachdem es schon im Freezer war, wo das geht, dass es noch flüssig aussieht Aber wenn du es rausgiehst, wird es auf einmal zu Eis schon Es ist ultraschwierig, diesen Zeitpunkt zu treffen Und du, ich verbreche dir, es wird nicht gehen Ja, das schaffen wir Doch, wir schaffen das Drei Stunden, 15 Minuten Ja, wir machen das jetzt deshalb als erstes und zeigen es nachher als letztes Damit alle Leute auch bloß dranbleiben Oh Es wird nicht funktionieren Oh Boah, das ist schon heftig unter Druck jetzt Oh Wie sich das so nach oben wöhnt Oh mein Gott, ich glaube Oh mein Gott, wie geil Oh mein Gott, jetzt habe ich Angst Oh mein Gott, jetzt habe ich Angst Oh mein Gott, oh ja Get up in the freezer Yes, let's put it in the freezer Let's put it in the freezer Ein letzter Shake Und es kommt into Oh mein Gott, das kommt jetzt voll Shake, 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 shake Was ist denn das alles so schön Das sind alles Brötchen, die wir nicht essen Hm Das ist doch leer Da ist ein halbes Brötchen drin Das ist doch gut Ein halbes Brötchen Nur ja, hör auf mich jetzt hier komisch darstellen zu lassen Dastehen Hm Okay, wir tun es jetzt rein Ab rein damit Jetzt ist wichtig Timer auf 3 Stunden und 15 Minuten Okay Okay Der nächste Hack, weißt du was Er hat nichts mit Essen zu tun Die blöde Kackkuh Hä? Ich finde es doch verwendet Ich habe Hunger, ich habe es dir gerade im Vertrauen erzählt Ja Wir machen jetzt was cooles Kannst du jetzt mal bitte Ein bisschen hier dich begeistern dafür Ja, okay Dass wir was ohne Essen machen Oh mein Gott, es sieht geil aus Ja, es sieht geil aus Okay, gut Es ist nämlich auch geil Let's go Es ist so eine Rauchbombe Hast du eine Rauchbombe bestellt? Ja Geil Und sie versucht damit ihr Kleid zu färben Oh mein Gott, das ist echt geil Und guck mal Am Ende hat das so ein krasses Muster Geil Oh, ich bin richtig neidisch, dass das nicht in meinem Video gemacht wird Darf ich es auspacken? Das auspacken Hast du so ne Dings auch mit dabei? So ne Plastik Geil Du hast ja echt an alles gedacht Ich habe leider kein Hochzeitskleid wie sie Aber Es ist ein Kleid Aber es ist, ne es ist einfach nur ein weißes Shirt Ja, ist auch okay Dann sag ich erstmal rausgehen, oder? Ja, okay Okay We are outside Und ich will das Joey, das machen wir ja auch Ich traue mich das nicht Ich will nicht, dass es mir die Hand wegsprengt Ja, ich will auch nicht, dass es meine Hand wegsprengt Aber es ist dein Video, Julia Ja, aber Du musst dich trauen Trau mich wirklich nicht, Julia Ich stelle mir vor, dass ich jetzt gar nicht Kannst du es nicht ziehen und ich halte Ja Okay, bist du bereit? Nein, nein, ich bin überhaupt nicht bereit Hast du so ne Handschuhe? Ja Warte mal, funktioniert das mit Feuer? Ja, oder? Ja, mach einfach Soll ich jetzt machen? Ja 3, 2, 1 Julia, halt fest! Was ist das denn? Okay, 3, 2, 1 Mann, das musste man doch anzünden, Joey Nein, da stand nur Pull Da stand nichts von Zündes an Aber hier ist so ein Antenne-Ding Ja, dann machen wir es damit, oder? Nicht zu Hause nachmachen Okay, ready? Rein, rein, rein Nein, du musst es nicht Achso Keine Ahnung, was passiert, aber Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Oh Gott, was passiert mit dem Puder? Oh mein Gott, ich habe Angst! Oh, es riecht so geil nach Silvester Oh, es riecht so schlimm Soll ich es mal öffnen? Nein, 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 noch nicht öffnen Aber, oh, guck mal wie cool es aussieht Ach du Scheiße! Okay, mach auf Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das sieht aus wie so eine richtige Giftwolke Ach du Scheiße! Aber ich glaube, irgendwie hat das nicht so gut geklappt Wollen wir es testen? Ja, ey, ich glaube, es hat halt echt... Ich glaube, es ist halt... Oh, es ist verbrannt! Scheiße! Oh shit! Ey, aber es sieht voll gut aus! Oha! Also jetzt mal ohne Scheiß, das sieht voll cool aus! Also bis auf das halt ein Loch reingebrannt ist Ja und die Brandflecken hier Es ist richtig geil geworden! Ey, es sieht aus wie so ein richtiges Nineties Shirt Oh mein Gott, das war richtig geil, ey! War das nicht ultra geil? Oh mein Gott, es war so ultra mega geil! Also ich fand es richtig geil! Also jetzt mal for real! Du machst noch geiler als Joey als Hund! Julia! Okay, sorry! Aber jetzt machen wir was anderes Geiles! Joey! Jaja! Was macht man da? Also wir... Bitte jetzt nicht so einen trashigen Adalasschneider! Nein! Wir brauchen keinen Schneider! Das geht jetzt gleich von allein! So eine Maschine? Nein, keine Maschine! Wir sind die Maschine! Hä? Ich verstehe gerade gar nicht, was ich meine! Ja, du wirst es sehen! Guck mal! Es ist einfach ein kranker Hack! Muss halt auch ein bisschen stark sein! Das sieht viel zu einfach aus! Aber guck mal, man muss halt so da drauf schlagen! Du lockerst das ganz raus! Erstmal, wie ziehe ich das ab? Du drehst! Das kann man nicht so einfach drehen! Doch, das geht! Ja! Scheiße! Komm, wenn das hier funktioniert! Das geht einfach, ne? Easy peasy! Oha! Jetzt müssen wir das drehen! Nee, erst raus! Okay, Schlag! Ja, aber wie oft jetzt? Now we have to turn it! Boah, der ganze Tisch wird halt gleich kleben, ey! Aber das bringt ja überhaupt nichts hier! Nicht so! So darf man nicht! Man muss rollen! Ich glaube, man muss so richtig doll drücken! Aber es riecht voll geil, ne? Ist das bei dir auch so, dass du Ananas an sich voll geil findest, aber alles mit Ananas-Geschmack ist eklig? Ja, ne? Auch Kirschen an sich sind voll geil, aber alles mit Kirsch-Geschmack ist so wow! Achso, nee, das hab ich bei Erdbeeren! Alles mit Erdbeeren-Geschmack! Erdbeer-Joghurt! Und auch Wassermelone! Alles mit Wassermelonen! Einfach eklig! Ekelhaft! Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr weiter, Julia! Okay, ich glaube, das reicht auch, oder? Ich glaube, das geht nicht! Ich will, dass das funktioniert! Du bist einfach zu schwach! Och man, wieso geht das denn nicht? Es geht nicht! Ich freu mich so! Oh doch, es geht, es geht, Leute! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Zeig's dir den Leuten! Ja, das ist ja super, ich will ja! Oh Mensch, toll! Da hat man doch direkt Bock zu snacken, ne? Wetten, wir können jetzt hier den Saft so raus trinken? Oh mein Gott! Ich find's echt kacke! Das ist ein echt beschissener Hack! Aber jetzt machen wir was anderes Geiles! Mhm! Glaube ich zumindest! Warte mal, hä? Hä, was denn? Hast du das vergessen? Ich hoffe, ich hab das jetzt eingepackt! Oh du doofe! Oh mein Gott! Oh Julia! Oh Scheiße! Hast du das vergessen? Du bist so dumm! Ich hasse aus, wenn ich da drin bin! Ohhhh! Hast du das wirklich vergessen? Ich geh mal kurz nach unten, ich hoffe, es ist da drin! Scheiße! Was passiert denn jetzt? Oh ne! Hast du's? Ich hab's nicht dabei! Oh du kleine Mist-Sau! Ich bin halt so ne Mist-Sau! Was hast du denn? Ich hatte Spritzen dabei! Ich hab Spritzen! Achso, du hast Spritzen? Ich hab wirklich Spritzen! Ja, dann gib mal Spritzen! Ich weiß halt nur nicht wo! Weißt du, wo die Spritzen sind? Äh, klar! Wir haben jetzt Spritzen! Oh mein Gott! Geil! Ist das schon krass gestochen? Oh! Naja, auf jeden Fall machen wir jetzt einen coolen Hack! Ja, Leute, macht's auf jeden Fall nicht zu Hause nach! Egal, was wir jetzt machen, macht's nicht nach! Das glaub ich auch richtig scheiße! Wir haben einfach Eiernudeln! Das klappt niemals! Das ist fake! Okay, das muss jetzt hier gekocht werden, das Wasser! Das geht halt jetzt fix durch Induction, ne? Okay, wenn das so schnell geht, dann müssen wir jetzt auch ganz schnell hier handeln! Muss das kochen? Ja, ich glaube! Okay, gut! Wir brauchen jetzt auf jeden Fall unser Ei! Okay, that's my Ei! So, dieses andere Stäbchen hier, das machst du auf! Ich mach das nicht mehr! Wir müssen das Eigelb jetzt! Du musst es ins Eigelb? Ja! Wir nehmen das jetzt hier so! Oh, geht halt nicht! Geht's bei dir? Nö! Wir müssen das, glaub ich, mit Teamwork machen, Julia! Halt mal das Ei und ich zieh's raus! Da kommt nix, ne? Oh mein Gott, das kommt! Das geht nicht, Julia! Vielleicht musst du in ein zweites Loch rein? Ah, schlau! Ihhh, jetzt kommt die Scheiße! There it is! Guckt mal, Leute! Oh, die Lavalampe! Wollen wir's reinjuucen? Ich nehm die Nadel dafür! Das ist so viel zu dünn! Das geht schon! Ich mach's ohne Nadel! Wirklich? Drei? Oh! Ihhh, wie das rausgeschossen kommt! Das ist halt richtig eklig, Julia! Ja, das ist schon echt eklig! Das sieht nur aus wie Nudeln! Oh Mann, oh! Das fiel ja gar nicht gut! Du musst es mal höher machen! Nein, dann kocht es Jubeer! Ja, es soll ja überkochen! Das ist nämlich auch noch ein Hack, den ich habe! Guck mal! Oh Julia, es kommt! Wenn es nicht überkocht! Jetzt machst du hey! Ja, guck! Dann kann man nämlich das machen! Oh mein Gott! Und dann kocht es so richtig crazy! Aber so anders! Weil man ja auch viel schneller Eiswürfel besorgen kann, als einfach hier auf den Knopf zu drücken, damit es weniger kocht! Naja, auf jeden Fall ist es in den Eiern nicht so gut funktioniert, Leute! Der andere Hack ist auch irgendwie unnötig! Okay, let's go! Guck mal, so ein bisschen Nudelfärmlich ist es schon! Oh, das sieht so lecker aus, Leute! Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen! Ich habe so Bock gerade! Es stinkt auch so richtig! Mir ist auch ein bisschen schlecht gerade! Es stinkt! Ich will das jetzt hier weg haben! So Leute, nicht so Hack! Das geht hier jetzt nicht so weiter! Das war so unnötig! So, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen was geiles mit Götterspeise! Nein! Oh doch bitte! Wir machen was geiles mit Chips! Oh geil, hab ich auch Bock drauf! Oh, hoffentlich machen wir irgendwas genießbares! Ich habe volles Wort zu essen! Ich weiß es halt nicht! Es könnte sein, aber es könnte halt auch sein, dass es wirklich ganz schlimm wird! Guck mal, auf jeden Fall kocht sie Chips! Dann packt sie ein bisschen Butter und Garlic und so dazu! Es kann nicht geil sein! Es ist Kartoffelbrei! Okay, let's go! Ihhh! Oh, das schöne Chips-Zeug! Das fühlt sich so falsch an! Wir sind alle im Wasser, jetzt kann ich keinen mehr essen! Ja, das ist auch gut so für uns! Ich glaube, das reicht schon, oder? Ihhh, du darfst es doch jetzt noch nicht machen! Warum denn nicht? Weil wir jetzt nachher erst schlafen fühlen! Du musst es doch vom Wasser lösen noch! So, Potato Chips! Haben wir Butter denn hier? Oh ne! Boah, krass, was da für Öl übrig bleibt! Das sieht aus wie dieses Zeug, was von Rahmennudeln übrig bleibt! Naja, das ist Suppe, die soll man doch essen! Ja, das ist jetzt halt auch Suppe! Ja, dann trink die Suppe doch mal! Vielleicht schmeckt der! Ich würde die jetzt mal probieren! Oh mein Gott! Okay, let's test our Chips-Soup! Na, das schmeckt doch nicht so geil! Also, ganz ehrlich? Wenn man da jetzt noch drei Kilo Salz reinmachen würde, wär's geil! Bisschen Salz und Gemüsebrühe da rein, dann wär das super! Okay, jetzt muss man gut Salz rein! Oh, nicht so viel! Hä, das ist Meersalz! Ja und? So, und jetzt kommt noch die, ähm, Milk! Stopp! Oh mein Gott, ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass es schmeckt, ne? Ich glaube auch! Scheiße, es wird halt schmecken, Leute! Wir werden's halt essen! Bist du ready? Es sieht wirklich aus wie Kartoffel-Bro! Okay! Ich hab echt Angst! Oh, wird gerade! Ja, ne? Es schmeckt wie Kartoffel-Bro aus einer Jugendherberge! Ja, irgendwie geil, ey! Ja, leider! Okay, weg damit jetzt! Das gibst du nicht! Eingabel? Nein! Bist du ready? Oh ne, nicht schon wieder ins Gehirn bohren! Hab ich total gar keinen Bock heute drauf! Es ist, glaube ich, einfach so der dimmste Hang-Ever! Oh mein Gott! Ich will's halt testen! Ja, okay, ich auch! Er hat einen Apfel da dran und schält damit seinen Apfel! Ah, geil! Mit der Bohrmaschine! Und das funktioniert! Aber das wird er niemals daran halten! Safe hat er so wiederhaken da drin, dass das hält! Julia, wenn du mit einem Bohrer in einen Apfel bohrst, dann hält der Apfel da nicht so doll dran! Das muss irgendwie so... Doch! Ja, aber guck mal, ich hab auch so ein Ding! Ah, okay, ja, dann klappt! Ich bin richtig vorbereitet! Also, wir haben jetzt hier unseren Apfel und wir stoßen ihn durch! Es ist alles so pervers! Nein, das ist eigentlich gar nicht pervers! Wir stecken jetzt einfach den Apfel auf den Bohrer, meine Güte! So, ich glaub, das reicht, oder? Was seht ihr? Darf ich halten und du drückst? Boah, ich hab so Angst! Drei! Zwei! Eins! Oh, geil! Joey, du musst auch die Seiten machen! Ja, ja! Ich hab hier halt den ganzen Apfel weg! Okay, ich mach mal die Seite! Oh mein Gott! Geil, wir haben ihn! Das Ding ist, jetzt ist halt der halbe Apfel einfach kaputt! Oh mein Gott, aber das ist ja voll geil! Hä, voll lecker bestimmt! Das ist mein Essen! Oh! Oh ja, das ist mein... Guck mal, sogar mal! Was das einfach funktioniert hat! Hier! Sogar mit Sticker! Mmmh! Niemand hat gesehen, dass ich grad einen Sticker gegessen hab! Was?! Okay! Ich hab das hier! Ich hab echt nicht gedacht, dass der Essen funktioniert, muss ich sagen! Mhm! Okay, wir haben jetzt auch Apfel zu essen! Das war ein toller Heck, Leute! Let's go weiter! Joey! Geil! Götterspeise lieben wir! Oh ne! Oh Leute, guckt euch das mal an! Geht jetzt unser Experiment noch? Ja! Okay, was machen wir? Wir machen was richtig krasses, glaub ich! Du kennst doch diese... Diese... Wie heißen die eigentlich? Fruity? Fruity? Jellyfruit Jellos! Also das ist im Endeffekt wie so... Jellyfruits! Wie so Gummibärchen? Nee, die sind in so einer Dings und die musst du so aufploppen lassen und dann... packst du die so rein! Also so ein Gummibärchen, was quasi einen flüssigen Inhalt hat? Genau! Ah! Nein! Wird's grün oder wird's so rot? Ich will schon grün! Okay, ich tipp jetzt wie viel da rein? So die Hälfte? Und jetzt können wir das so drehen? Jetzt dreh ich's zu! Und wie doll drehen wir? So richtig doll? Das wird doch nix! Ich glaube auch nicht! Okay, wir beißen da jetzt rein! Es geht nicht! Es geht nicht, Julia! Oh mein Gott, es kam alles mit einmal! Es war richtig die Explosion im Mund, aber es war irgendwie voll geil! Weil mir klappt's nicht! Und ich hab mich halt voll drauf gefreut, weil ich unbedingt wollte, dass du was in meinen Hals schießt! Ja, probier's doch nochmal! Wir schaffen das schon, so ein juicy Zeug in deinen Hals zu schießen! Warte, soll ich's dir machen? Ja, mach's mir! Das finde ich... Ah! 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 Oh Mann! Meins war viel gespannter! Willst du noch einmal den Spaß? Nein! Ich hab keinen Bock mehr! Nur weil Joey sich wieder nicht kontrollieren kann, ist jetzt hier die ganze Super am Tisch! Was machen wir denn jetzt schon wieder? Wir machen die jetzt auf! Mit nem Bleistift? Ja! Auf jeden Fall musst du eigentlich einfach nur ganz schnell so das so drehen und dann... Puh! Ich hab's halt auch schon mal für ein Video gemacht! Echt? Ja! Ich glaub aber nicht, dass ich's mit nem Bleistift gemacht hab! Hat's denn funktioniert? Es hat Ewigkeiten gedauert! Oh! Es hat locker ne halbe Stunde gedauert, bis die Scheiße aufgegangen ist! Sollen wir's einfach machen? Oh, ich mal jetzt das ganze Ding hier an! Ah! Ah! Kein nicht mehr! Julia, nicht! Geh doch auf jetzt! Oh, es macht halt auch keinen Spaß! Oh, ist das anstrengendig, gar nicht mehr! Wie lange hat die Person das denn bitte gemacht? Ja, das ist halt das Ding, was die immer nicht mit dazu schreiben oder sagen! Vielleicht sollten wir jetzt erstmal ein bisschen schütteln? Ich hab Angst! Ich hab auch Angst! Das ist keine gute Idee! Geh doch auf! Geh doch auf! Weißt du, man kann ja doch einfach so machen! Oh Gott! Jetzt spritzt es auch! Oh! Mach doch nen Tisch auf! Nein! Also meine Dose ist ja jetzt auf! Weißt du, ganz ehrlich, ich seh diesen Hack einfach als gefaked an! Soll ich mal hier so reinstechen? Ah! Ja, ist offen! Was ist passiert? Hä, aber es hat fast geklappt! Aber ich hab noch nen Hack! Ja geil! Du hast vor allem noch Bier hier überall an der Stirn! Oh! Ja, das ist jetzt doof! Letztes Mal! Oh, unsere Hände haben sich verrückt! Oh mein Gott, das ist ein Zeichen für die Leute! Jetzt wissen sie's, oder? Sorry, dass ich nicht dazu gekommen bin, aber find ich einfach nicht so geil! Schon okay! Wir machen jetzt auf jeden Fall ne Melone auf! Ich hab dafür voll das coole Gadget gekauft! Das ist ein Apfelschneider! Weißt du, was jetzt der richtige Shit gewesen wäre? Hättest du nen Apfel in der Größe mitgebracht! Ja, das gibt's leider nicht! Dann hätte ich dich sowas von abgeknutscht! Oh echt? Ja, aber so nicht! Ja, okay, nee, jetzt ist schon in Ordnung! Ist mir jetzt auch gerade einfach ein bisschen unangenehm alles! Mir wurde mich auch einfach gekorbt! Ich glaube, zwischen uns ist wieder alles okay! Okay, wollen wir? Yeah! Do you take one side and I take the other? Yes, we can do that! Okay! One, two, three! Oh, es geht aber besser als... Oh, ist das schwer! Ich hab voll reingespunkt! Oh mein Gott, wie eklig! Das war der Teller! Oh mein Gott! Julia! Das war Wolfgangs Teller auch noch! Der hat er aus seinem Haushalt hier mit hergebracht! Der wird mich nachher köpfen! Das ist jetzt ja doof! Aber jetzt hat er zwei Teller! So wie ich Wolfgang kenne, versucht er das nachher wieder zu kleben! Drücken! Du musst mehr drücken! Ich bin schon viel... Ja, ich weiß! Du bist halt einfach stronger than you! Okay! Boah, das geht echt schwer! Vielleicht ist es auch die Melone, die knackt! Oh mein Gott! Oha, ist das geil! Okay, das sieht sausatisfying aus! Mit so einem geilen Pimmel in der Mitte! Willst du den Pimmel? Ja, ich will den Pimmel! Und ich nehme dann so ein Seitenteil einfach! Okay, Leute! Also... Wir haben doch noch unsere... unsere Cola-Flaschen! Oh mein Gott! Warte mal, was sagt denn der Timer? Wie viel Uhr ist das denn? Noch 50 Minuten! Okay, Leute, wir sind gleich wieder da! Es sind drei Stunden und 15 Minuten vergangen! Wir gucken jetzt mal hier zwischen den ganzen Brötchentüten! Da sind unsere Getränke! Und sind sie noch flüssig? Und die Fanta ist nicht mehr flüssig! Die Fanta nicht, aber die Cola? Die Cola ist noch flüssig! Oha, dann schnell! Hast du die Fanta geschakt? Ja, ich habe meins geschakt! Okay, und los! Oh mein Gott, es funktioniert! Oh mein Gott! Es hat geklappt! Das hat halt nicht geklappt! Nee, das hat so gar nicht geklappt! Das ist jetzt voll die Suppe wegen der Fanta! Oh mein Gott, ist da viel Kohlensäure drin! Aber es ist geil! Okay, irgendwann wird es schon cool! Aber es ist halt schon dumm! Trash! Ich hoffe jedenfalls, euch hat dieses Video gefallen! Wenn es so ist, dann gibt es auf jeden Fall einen fetten, dicken, matzigen Daumen nach oben! Und schaut auf jeden Fall auch noch bei Joes Video vorbei! Da haben wir mich auch noch im Video gedreht! Da abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt! Darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen! Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag! Tschüss! Tschüss! Der Link zu meinen Videos ist übrigens in der Beschreibung!